Bhagavad Gita, Vers 2.56 Wer trotz der dreifachen Leiden nicht verwirrt ist, nicht von Freude überwältigt wird, wenn er Glück erfährt, und frei von Anhaftung, Angst und Ärger ist, wird ein Weiser mit stetigem Geist genannt. Erklärung Das Wort Muni bezeichnet einen Menschen, der seinen Geist mit den verschiedensten gedanklichen Spekulationen aufrührt, ohne zu einer wirklichen Schlussfolgerung zu kommen. Man muss sagen, dass jeder Muni einen anderen Standpunkt hat. Und wenn sich ein Muni nicht von anderen Munis unterscheidet, kann man ihn streng genommen nicht einen Muni nennen. Nasao Munir Yasya Matamna Binam Ein Stita-Di-Muni jedoch unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Muni. Der Stita-Di-Muni befindet sich immer im Krishna-Bewusstsein, denn er hat jegliche Spekulation aufgegeben. Er hat die Stufe der gedanklichen Spekulationen hinter sich gelassen und ist zu dem Schluss gekommen, dass Shri Krishna bzw. Vasudeva alles ist. Man nennt denjenigen einen Stita-Di-Muni, dessen Geist immer stetig ist. Ein solch völlig Krishna-bewusster Mensch wird in keiner Weise durch die Angriffe der dreifachen Leiden beunruhigt, denn er akzeptiert jedes Leid als die Barmherzigkeit des Herrn, da er weiß, dass er aufgrund seiner vergangenen schlechten Taten eigentlich um ein Vielfaches mehr leiden müsste. Er erkennt, dass seine Leiden durch die Gnade des Herrn bis auf ein Mindestmaß verringert sind. Auch wenn er glücklich ist, schreibt er dies dem Herrn zu und denkt, dass er dieses Glück nicht verdient hat. Er erkennt, dass er sich einzig und allein durch die Gnade des Herrn in einer solch günstigen Lage befindet und daher dem Herrn besser dienen kann. Und um dem Herrn zu dienen, ist er immer unerschrocken und aktiv und wird nicht durch Anhaftung oder Ablehnung beeinflusst. Anhaftung bedeutet, Dinge für seine eigene Sinnenbefriedigung zu akzeptieren und Gleichgültigkeit bedeutet, das Fehlen einer solchen sinnlichen Anhaftung. Wer aber im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kennt weder Anhaftung noch Entsagung, da es ein Leben dem Dienst des Herrn geweiht hat. Folglich ist ihm niemals ärgerlich, auch dann nicht, wenn seine Bemühungen erfolglos bleiben. und hat die Gnade des Herrn und die Gnade des Herrn und der Frau und der Mann mit einem Schiff Wenn er dem den ist,